Das grosse Idol von Basel. Die grösste Legende. Ich gehe ab und zu, bin aber absolut keine Fasnächtel. Getränke. Die Präsidentin, die der FCB wieder aus dem Tiefeigel geholt hat, dank ihrer Sponsoring. Gespunnen hoch. Ich glaube, das gibt es nicht so gross hier. Für mich nicht. Seit 100 Jahren im FCB. Die Familie ist so und so. Ah, eSports. Das ist ja eine neue Technik. Ich kann nichts damit anfangen. Tun wei. Ist sehr, sehr wichtig für den FCB. Der ist im Fussball enorm. Finde ich, hat sich brutal gemacht. Joggen, ein neues Stadion, toll. Schön. Fettigewitz. Marco Strelem überholt mit einem Goal. Regiert der Fussball und die Welt. Hat noch nicht das bringen, was man von ihm erwartet hat. Genial. Garnt. Vielen Dank.